Schleimiger Matsch! Okay, sind nicht so wertvoll, aber trotzdem. Ich mag sie. Und hier kann man weit springen. So. Juhu! Juhu! Hehehe. Schlabr. Wir haben hier Schlabr. Alles abhören, dann können wir wieder runter. Ja, okay, das reicht. Ist mir egal. Ich geh wieder runter. Äh, da drüben. Okay, mal du zuerst. Ja. So, jetzt machen wir noch kurz einen Rucksack. Wenn wir es können. Sonst kann man das sicher mit Cotton herstellen. Mit, äh, Baumwolle. So, ähm, wir haben zwei Fährten hier. Zwei Fährten hier. Und das Cotton. Haben wir hier. Schauen wir mal. Drei Cotton geben einen Faden. So, das reicht glaube ich schon. Nein, das reicht noch nicht. Ich muss noch Fäden sammeln. Okay, in meiner Höhle. Da muss es meistens Fäden. Und dann. So, das kann ich noch mal die Höhle sein. Das muss ich selber wünschen. Möte und Nüstung haben wir noch. Ja, das soll ich alles sein. So, das soll. Möte... Ohr... Schäe. Ah, das muss ich selber wünschen. Die Russen hatten einen großen Nachteil, die saugen jeden Mist in dein Inventar. Irgendwo war doch hier die Höhle. Mach Eisen für den Anfang, weil Eisen findet man viel und sie schützt gut. Für was brauchen wir denn eigentlich? Gibt paar Sachen. Schau mit U nach. Das ist immer die beste Methode. Schau immer nach. Und so viel müssen wir ja nicht sammeln. Sonst sprengt er alles wieder in die Luft bis er stark genug ist. So wie DIA glaube ich. Wenn dann zwischen Eisen und DIA. Wenn es nicht so gut wie DIA ist. Ah, hier geht es auch noch runter. Gehen wir mal hier rund. Ja, geht es schön rund. Oh nein. Geht nicht mehr rund. Geht nicht mehr rund. Ich glaube, hast du Faden? Wer denn? Wir müssen auch barcodeen. Ich mache ein Querplan. Kurz. Barmwohle. So, haben wir alles. Wir könnten hier unten dann Barmwohle anpflanzen und dann später, wenn wir ein Ei gemacht haben, noch die anderen Sachen. Für den Anfang reicht das. Wir machen Escort und Fetten und schauen mal. Ähm, wie geht das schon mit? So, bin wieder zurück, man muss einfach noch Farbe rein tun, mehr nicht. Also, bitte nicht legen, danke. Das ist falsche Farbe, das ist C-Blau. Sehr blue geht nicht. Laps, Lazuli. Hä? Was ist der Lohn? Braun. Wo hat er die Farbe, hä? Irgendwas geht hier nicht. Ah, Läder. Brauche Läder nicht. Ähm, Fäden. Haben wir genug Läder? Vierzehn. Vierzehn. Was hart, please. Ich bahn ihn auf die Folter. Dir. Schau. Das können wir jetzt noch werben, glaube ich. Ja. Ich kann da alles rein tun. Später gibt's noch große und dann auch Rucksack für extra Inventar. Kann man einfach, wenn es ausgewählt hat, mit rechts klicken. Ja. Und hier machen wir wieder aus. So. Ne. Brauchen. Ob. Sie. Ob. Sie. Ob. Sie. Ob. Sie. Ob. Sie. Sie. Ob. Also dann sehen wir uns das nächste Mal noch wieder. Ja. Und dann mit vielleicht schon die ersten Dungeons. Ich danke euch für das Zuschauen und für das Liken. Sie. Ja. Ihr dürft gerne mit mir diskutieren, was ihr wollt. Wo den Mod. Oder wenn ihr ein Problem habt im Mod. Und so weiter. Ich kenne ihn relativ gut. Also nicht alles, aber vieles. Und ja. Ich werde euch alles nacheinander zeigen. Wir werden sehr schön bauen. Man kann sehr detailliert bauen. Man kann die Blöcke noch sehr sehr in ganz kleine Teile. Und so weiter. Also es wird richtig geil. Also Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ziri tippsacktach. Bäi bäi. Sack. Sack bäi bäi. Pähä. Pähä. Tschüss.